Für die unter Ihnen, die mich nicht kennen, mein Name ist Anne Schmidt, ich bin die Enkelin von Margitta Köhler. Und meine liebe Oma kann ja leider heute nicht hier sein, da sie mit einer schweren Göppe in Brandenburg im Krankenhaus liegt. Aber sie hat mich gebeten, Ihnen allen in Ihrem Namen zu danken, dass Sie heute hier sind. Und auch ein großer Dank an die Kirche für die Möglichkeit, hier ausstellen zu dürfen. Meine Oma hat viel Mühe in die Vorbereitung gesteckt, extra viele neue Bilder gemalt. Und ich finde es persönlich auch sehr schade, dass sie diesen Tag heute nicht hier mit uns allen erleben kann. Aber auf Krankheiten haben wir halt leider keinen Einfluss. Und das zeigt uns wieder einmal, dass die Gesundheit eben unser wichtigstes Gut ist. Und dass wir das halt nie vergessen sollten. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es hier bald wieder besser geht. Und dass sie dann auch weiter so schöne Bilder malen kann, wie wir sie heute hier sehen. Und dabei wünschen ich und auch Sie Ihnen nun viel Freude heute hier und in den nächsten Wochen. Okay, danke. Vielen Dank.